Guten Morgen, ich steh auf, doch ich hab nicht geschlafen Nein, ich hab nur da gelegen, stundenlang auf Opiaten Vor Gericht, keine Antworten, doch viele Fragen Schlecht gelaufen, wurde observiert bei Übergaben Das Eroin, es war so stark, er hat sich übergeben Ich hatte ihn gewarnt, er wollte mir nicht glauben Steh vor deiner Wohnung, nein, ich hab mich nicht verlaufen Deine Freundin hat mich eingeladen Du warst nicht zu Hause, keine Sorge Fühl mich so, als wär's mein Zuhause Ich bin seit 10 Jahren high, ich hatte keine Pause Shooter war noch nicht erwachsen, so wie eine Raupe Doch er wartet auf dem Dach auf dich wie eine Taube Schlechte Laune, schmeißt mir eine Pille und dann komm ich runter Kunde will nen Fünfer, doch dafür komm ich nicht runter Sie hat keine Spucke mehr, sie holt mir einen Rund Rede nicht von meiner Bitch, ich meine deine Mutter Ja, die Bitch hat es geschluckt, weiß nicht, ob du's verdauen kannst Drum an einer Gang, sieht aus wie ein Vonschwang Auf deinem Kopf eine Kiste, das sind 1000 Gramm Ich rede von Pep, das sind etwa 60 Cent pro Gramm 60 mal 1000 war... Ich brauch ne Adderall Ah 600 600 Ey! Ey! Das war ein guter Deal Meine Gegner sind wie Frauen, jeden Monat bluten sie Ich hab da ein Motelzimmer, sie kann sich was dazu verdienen Ja, mein Dallash war der Pluck, er hat gut verdient Doch er schreckte es mit Fentanyl und es gab tote Fiends Das ist kein Lean in meinem Cup, das ist Eroin Junkie hat gebunkert, sagt, es fühlt sich an wie Hämorin Hatte Streit mit meinem Pfarrer, schlug ihn mit der Bibel 1000 Euro und ein Vaterunser, Gott hat mehr für Ziel Man steckt sie nicht nur ein, an eine Glock muss man auch ziehen Nachbar brachte seine Frau im Kopf kaputt vom ganzen Ziegen Deine Frau gibt seit ner Stunde Kopf, das geht auf ihre Knie Was da her? Dass du mal bald anst MARKUS Ja, mein Dallash war der Nichts Die Ere Knie Was da zu lachen? Vielen Dank.